Gleich in Extra. Claudia und Carsten Harms entkommen noch so gerade der Flammenhöhle. Er ist ja direkt hoch und hat Hund und Kind geschnappt und hat nur gedacht, die müssen wir jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Wenn harmlose Haushaltsgeräte plötzlich in Flammen aufgehen. Und welches Haushaltsgerät überraschenderweise das gefährlichste ist? Außerdem. Neues von Kultbauer Hans. Seine liebste Nori will mit der gemeinsamen Tochter endlich zu ihm nach Deutschland kommen. Doch für das Visum verlangt die Botschaft in Manila die Anerkennung der Vaterschaft. So haben wir kein Ergebnis. Scheitert das gemeinsame Glück an bürokratischen Hürden? Gleich in Extra.